Nicht ausmachen. Ach, mein Liebling. Du brauchst doch überhaupt keine Angst zu haben. Danny und ich sind bei dir. Warum bringt ihr Menschen um? Wie bitte? Warum tötet ihr? Äh, naja. Das ist nur ein Hobby, mehr nicht. Das brauchen wir zum Entspannen. Wird aus mir auch ein Killer? Aber natürlich. Das ist schon seit Ewigkeiten in unserer Familie Tradition. Aber im Fernsehen warnen sie immer, dass es nur noch Gewalt gibt. Nicht nur noch Gewalt. Naturgewalt. Naturgewalten sind furchtbar. Diese blöden Stürme reißen noch das ganze Scheißland in den Untergang. Chucky Glenn hat recht. Wir dürfen uns da nichts mehr vormachen. Wir haben ein Problem, was das Morden betrifft. Ich hab kein Problem damit, ab und zu mal ein bisschen zu morden. Ich steh total drauf. Daran ist ja auch nichts auszusetzen, oder? Morden macht genauso süchtig wie jede andere Droge, Chucky. Aber wir sind jetzt liebende Eltern. Da müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Machen wir damit Schluss, Chucky, jetzt gleich. Voll auf Turkey. Sag mal, du hast ja wohl einen Furz an der Locke. Versprich mir nie wieder, ihn umzulegen, Chucky-Lein. Nein, 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 tausendmal, nein, 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 nein. Wir haben doch ein Kind. Also ja, ist ja schon gut. Ich versprech's dir. Ja. Okay. Ja.